Wie findest du heraus, ob, wenn du jetzt online nach einem Coach zum Beispiel suchst, ob der genau für dich der richtige ist mit dem Problem, was du gerade hast? Hi, Jascha hier und heute geht es mal um das Thema, wie findest du deinen Mentor? Wie findest du einen Coach, der für dich und deine jetzige Situation der richtige ist? Und bevor ich das Video starte, möchte ich dir erstmal erzählen, dass ich selber schon über, ich müsste es mal ausrechnen, aber über 10 bis 15 Mentoren und Coaches selber auf jeden Fall schon hatte. Ich selber schon über eine halbe Million Euro bis eine Million ungefähr, ich weiß es nicht auswendig, ausgegeben habe für Mentoren und für Coaches. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr viel Erfahrung. Einige davon waren nicht so gut, einige davon waren ganz okay und andere waren unfassbar gut, den ich auch sehr, sehr viel heutzutage zu verdanken habe. Wie ich mein Leben leben kann, was für Glaubenssätze ich habe, wie viel Geld ich verdiene, wie viel Leichtigkeit und Ruhe ich habe, welche Fähigkeiten zum Thema Verkaufen besitze. Das heißt, erstmal, wie stehe ich zu Coaches generell? Nicht nur, weil ich selber einer bin, nein, in allen verschiedenen Lebensbereichen habe ich Coaches. Und das ist schon mal den ersten Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Such dir einen Coach in einem Bereich, der für dich sehr, sehr wichtig ist. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ich habe zum Beispiel einen Coach im Triathlon-Bereich für meine Gesundheit, für meine Fitness. Ich habe einen Coach für meine Emotionen. Das heißt, die mit mir Glaubenssätze, Mindset, Liebe, Erfüllung-Thema bespricht. Ich habe Coaches im Business-Bereich. Ich hatte schon Coaches zum Thema Supplementierung. Ich hatte schon Coaches zum Thema Prozesse, Systematisierungen zu bauen. Das heißt, es gibt erstmal sehr, sehr viele verschiedene Coaches. Es dreht sich nicht immer nur alles um Business. Selbst wenn du mehr Geld verdienen willst oder du willst in dein Business nach vorne kommen, heißt das nicht immer unbedingt, dass ein Coach im Business-Bereich immer der Beste für dich sein muss. Denn manchmal blockieren dich auch vom Mindset mega viele Dinge, die dich überhaupt hindern, mehr Geld in deinem Leben anzuziehen. Das heißt, das ist schon mal die erste Sache, die ich dir empfehlen würde. Suche dir Experten in einem Gebiet, die Experte für dieses Gebiet sind. Das heißt, also ich höre sehr, sehr oft, dass Leute sagen, hey, ich überlege jetzt zu einem Business-Coach zu gehen. Der ist auch so eine Mischung aus Therapeut und der hat auch früher schon mal ein Business gehabt. Und dann sage ich immer, mit was für Kunden arbeitet der denn so zusammen? Ja, mit allen Kunden. Also da sind welche, die sind nicht selbstständig und ein paar, die sind selbstständig und ein paar sind auch schon Unternehmer. Die haben aber keine Gemeinsamkeiten. Und da höre ich zum Beispiel schon raus, dass dieser Coach oder Mentor, von der dieser Person spricht, vielleicht in ihrem Handwerk ganz gut ist. Das kann ja sein. Aber der ist auf jeden Fall kein Experte in einem expliziten Gebiet. Und das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich mir Coaches und Mentoren suche. Das heißt, ich entscheide im allerersten Schritt, in welchem Gebiet, wo habe ich gerade etwas in meinem Leben, wo ich sage, da brauche ich Hilfe. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass ich mein Ego sofort beiseite lege und sage, ja, ich brauche Hilfe, weil ich versuche das jetzt schon seit Monaten, Jahren alleine. Und das funktioniert nicht, also schaffe ich es nicht. Und die dritte Sache ist, die ich mir anschaue, ist, ist das wirklich ein Experte in einem Gebiet? Ist er wirklich ein Experte? Und nicht nur, weil er das selber über sich behauptet, sondern weil ich das Gefühl habe, dass er wirklich auch die Ergebnisse, die Erfahrungen mitbringt. Und das ist jetzt so der Part, über den ich mal am größten mit dir sprechen möchte. Wie findest du heraus, ob, wenn du jetzt online nach einem Coach zum Beispiel suchst, ob der genau für dich der richtige ist, mit dem Problem, was du gerade hast? Und viele Kunden oder viele Menschen denken, ich suche mir einen Coach aus, wenn ich den sehr sympathisch finde. Oder andere sagen, hey, ich suche mir den aus, der den meisten Umsatz macht. Andere sagen, hey, ich suche mir den raus, der den coolsten Online-Auftritt hat. Andere sagen, hey, ich suche mir den raus, der den coolsten Lifestyle hat, so wie ich mir das vorstelle. Und alle diese Sachen sind valide, für dich scheinbar in deinem Wertesystem gerade. Und rein von meiner Erfahrung her kann ich dir sagen, du buchst einen Coach, um ein gewisses Ergebnis zu haben am Ende des Trainings. Das sollte dein Ziel sein, wenn du einen Coach buchst, dass du sagst, hey, ich gehe mit Problem A dahin. Und dieser Coach liefert mir Lösung B. Und die bekomme ich dann auch. Und diesen Weg dahin gehe ich mit dem gemeinsam. Und viele suchen ihren Coach aus, aufgrund von persönlichen Sachen, die sie vielleicht an dem Coach gut finden, aber nicht, ob er wirklich die Expertise hat, mit dir den Weg zu gehen, dich dort hinzubringen. Und das ist die Art und Weise, wie ich Coaches aussuche. Das heißt, ich studiere diese Coaches mega stark. Ich bereite mich mega stark auf diese Coaches vor, wenn ich zum Beispiel bei denen einen Termin buche, mich auf ein Gespräch einlasse, ich mich mit deren Angeboten auseinandersetze. Wenn ich dort ein Gespräch buche, dann habe ich das schon längst gekauft. Das Gespräch kann ich mir eigentlich sparen. Das mache ich, um die Person noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und weil ich mir anhören möchte, wie der Sales-Prozess ist, aber entschieden habe ich mich eh schon lange. Denn ich würde dir empfehlen, auf drei Dinge zu schauen. Erstens, hat dieser Coach einen Lifestyle, den du haben möchtest? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Viele unserer Kunden, die möchten Freiheit haben, die möchten mehr reisen, die möchten vielleicht finanziell freier sein. Und es gibt sehr, sehr viele Coaches da draußen, die zum Beispiel viel Geld verdienen und vielleicht auch finanziell relativ frei sind. Aber die meisten von denen haben überhaupt keine Freiheiten in ihrem Leben. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo dann unsere Kunden sagen, hey, das spüre ich bei dir, dass du das hast. Du spielst das nicht irgendwie vor. So oft, wie du am Reisen bist, so viele Mitarbeiter, wie du hast, so viel Gewinn, wie du machst. Das sind Dinge, die finde ich gut. Die kann man irgendwann nicht mehr vortäuschen, wie oft man am Reisen ist. Das sieht man. Das heißt, erster Punkt, hat dieser Coach oder diese Person, die du als dein Mentor haben möchtest, hat die einen Lifestyle, den du selber erstrebenswert findest? Das ist die erste Sache, auf die ich schauen würde. Die zweite Sache, auf die ich schauen würde, ist, hat dieser Coach Werte, die für dich vertretbar sind? Dass du sagst, hey, dieser Mensch ist zum Beispiel, oder dieser Coach ist zum Beispiel jemand, der eine sehr, sehr starke Arbeitsmoral hat. Der sagt, hey, ich arbeite sehr hart, selbst obwohl ich jetzt nicht mehr arbeiten müsste, so wie ich zum Beispiel, tue ich das immer noch, weil ich das liebe, was ich tue. Weil ich Ziele habe, die es für mich lohnt, sich zu verfolgen, die unabhängig von, mit Geld etwas zu tun haben. Tut dieser Mensch auch gute Dinge für andere Menschen? Ist dieser Mensch gesund? Macht dieser Mensch Sport? Keine Ahnung. Ist das ein ausgeglichener, nicht nur Unternehmer, sondern auch Mensch, mit dem du dich identifizieren kannst? Und das macht es heutzutage für mich zum Beispiel am allerschwierigsten, Coaches und Mentoren da draußen zu finden. Weil ich über diese Branche einfach viel zu viel weiß mittlerweile und ich weiß, wie viel von den Sachen, die die so erzählen, mir entweder nicht gefallen oder ich mich absolut null damit identifizieren kann. Und deshalb deren Hilfe auch gar nicht in Anspruch nehmen möchte. Und der dritte, und das ist mit Abstand der wichtigste Punkt, das heißt, selbst wenn die ersten beiden Punkte, die ich dir gerade genannt habe, für dich nicht so wichtig sind, dann solltest du deinen 90%igen Fokus auf diesen dritten Punkt legen und das ist nicht, wie erfolgreich ist der selber, wie viel Umsatz macht der selber, was hat der für einen Lifestyle, nicht der, 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 sondern du solltest dich darauf fokussieren und schauen, wie vielen Menschen hat der schon geholfen, die genauso sind wie du und die genau die Ziele haben, die du jetzt gerade hast, die du aber nicht erreichst alleine und mit der Hilfe des Coaches sind die Kunden zu diesem Ziel gegangen. Und wenn dich das nicht mega überzeugt bei dieser Person und du denkst, ja, aber der hat einen coolen Lifestyle und ja, aber der macht viel Umsatz, aber irgendwie passt der nicht zu mir, weil irgendwie hat der gar keine Kunden, wie ich es habe, geh nicht dahin. Geh nicht dahin, glaub es mir. Diesen Fehler habe ich sehr, sehr oft schon gemacht. Ich bin in irgendwelche Coachingprogramme gegangen, wo ich dachte, hey, die sind einfach sehr groß und die sind mega geil irgendwie von ihrem Auftritt, von ihrer Präsenz. Und dann habe ich gemerkt, weder stimmen die Werte überein, weder haben diese Menschen Freiheiten, noch haben diese Coaches Menschen genau dorthin gebracht, wo ich hinkommen möchte. Und das ist aber der allerwichtigste Punkt, den du dir anschauen solltest. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Agenturinhaber bist und du hast eine Videoproduktionsagentur zum Beispiel und du bewirbst dich bei einem Coach, der dir dabei helfen soll, dein Business aufzubauen und dieser Coach macht das beispielsweise schon seit 30 Jahren. Und das beeindruckt dich erstmal, dass du sagst, hey, geil, der hat mega viel Erfahrung, der hat schon viele Kunden betreut. Dann ist das ja schon mal ein valider Punkt, dass du sagst, hey, das findest du toll, der hat viel Erfahrung. Ja. Schau dir aber jetzt auf der anderen Seite an, wie vielen Videoproduktionsagenturen, die zum Beispiel, wenn du jetzt 20.000 Euro im Monat verdienst, du verdienst 20.000 im Monat, bist eine Videoagentur, wie vielen Videoagenturen, die 20k im Monat machen, hat der denn schon auf 100.000 skaliert? Wie oft hat der das schon gemacht? Und wenn die Antwort ist, null, und wenn die Antwort ist, der hat auch noch null Videoagenturen betreut, und wenn die Antwort ist, der hat auch noch null Leute auf 100.000 gebracht, dann renn, renn weg. Es ist nicht der richtige Coach für dich. Und das ist vollkommen scheißegal, wie toll sein Online-Auftritt ist, ob der 3 Millionen selber im Monat macht, es wird dich und dein Ziel nicht weiter nach vorne bringen. Und diese drei Faktoren, die haben mir in den letzten Jahren geholfen, die richtigen Mentoren zu finden. Und ich kann dir sagen, ich bin innerhalb von vier Jahren ungefähr, jetzt von 5.000 Euro im Monat, auf 500.000 Euro im Monat skaliert. Und das ist nur durch die Hilfe, durch meine Coaches ermöglichen. Natürlich habe ich die Arbeit selber umgesetzt, aber ohne das Wissen von meinen Coaches, ohne diese Guidelines, ohne diese Führung, wäre das nicht möglich gewesen. Und bei mir ist es heutzutage so, dass ich tagelang damit verbringe, den richtigen Mentor zu finden. Wenn ich mich tagelang wirklich obsesst, als wenn ich wirklich süchtig danach wäre, alles über diese Person herauszufinden, ob die mir helfen können. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, der kann mir helfen, aufgrund von A, B, C, D, E. Und er hat auch schon zig anderen Leuten wie mir dabei geholfen. Dann drücke ich sofort auf den Knopf für einen Call, um den zu buchen. Je nachdem, wie groß der schon ist, kann man da keinen Call buchen. Man muss über ein Netzwerk an den rankommen. Bei mir kosten Coachings zum Beispiel mittlerweile bei meinen Mentoren sechsstellige Summen. Da kann man manchmal nicht einfach direkt einen Call buchen, aber dann findet man einen Weg, Kontakt zu dieser Person aufzubauen. Und dann habe ich die Entscheidung schon getroffen. Das heißt, da brauche ich dann auch nicht in den Call reingehen und, ah, ich weiß nicht, ob ich es machen will und so. Nein, die Entscheidung ist vorher schon gefallen, weil ich mich perfekt darauf vorbereitet habe. Und was ich häufig merke, und davon möchte ich dich jetzt einfach so ein bisschen warnen, ist, dass du das nicht so machst, wie ich das bei mir tue, sondern dass du sagst, hey, ich bin einfach beeindruckt von dem Bild, was mir außen präsentiert wird. Und ich buche einfach mal einen Call. Und dann gehst du in diesen Call und die Personen können sehr gut verkaufen, weil sie führen ja selber ein erfolgreiches Unternehmen. Das ist das, was dich beeindruckt hat. Und dann gehst du in dieses Training rein und merkst, aber die können mir gar nicht helfen. Ich hätte mich vielleicht besser mal vorhin mit denen informieren sollen. Und das ist etwas, was ich dir empfehlen würde. Und wenn du das so umsetzt, so wie ich das in den letzten vier Jahren bei mir gemacht habe, bei den über zehn Mentoren, die ich schon hatte, die absolut großartige Arbeiten auch gemacht haben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, glaub mir, dann wirst du den richtigen Mentor und den richtigen Coach für dich finden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei den anderen Videos. Bis dahin, dein Jascha. Ciao. Ciao.